Uns der Familie Hörl vom Romantik Hotel und Wirtshaus zum Erzgewehrt ist besonders wichtig, dass wir so was wir können regional einkaufen. Wir haben über 20 Landwirte wo wir regionale Produkte einkaufen. Wir sind bereits in der vierten Generation, die fünfte Generation ist schon im Start und wir wollen einfach, dass wir die Produkte verwenden und was wir kriegen von der Natur, von den Landwirten vor Ort. Das können wir gut auch brauchen und das besorgen wir uns dort. Also wir vom Aukut liefern Marmeladen, Würstchen, Speck, geräuchertes Rindfleisch und frisches Pinzgauer-Rind und alles was gut ist. Wenn der Metzgerwirt die Gäste zu uns schickt, dann zeigen wir ihnen das Butter machen, das Kassen, ein Brot bochen, für die Kinder dann einen Stall durchgehen, weil viele das einfach nicht mehr kennen. Die Gäste schmecken sehr, das zahlen wir uns die Rückmeldungen, dass das einfach der richtige Weg ist. Man kann ja auch einerseits die Umwelt da schonen, auf der anderen Seite aber auch Kosten im Betrieb sparen und auch im Tourismus ist es gut, wenn die Kosten da reduziert werden. Unsere Gäste fahren seit heuer elektrisch. Wir haben für unsere Gäste ein neues Elektroauto angeschafft, genauso wie unsere Gäste auch mit unseren E-Fahrrädern fahren können, E-Mountainbikes und unseren ganz normalen Fahrrädern. Und den Strom für unsere E-Geräte stellen wir von unserer hauseigenen Photovoltaik anlob. unsettling. Überrasen. imm